Das Baby ist nicht von jemandem, der keine Mutter ist, also hat der Vater gedacht, dass ein Gen... Holy shit, ist der schlau. Der Junge ist kompletter 31er, Alter. Oh Junge, war das laut! Doxena, die sieht so aus. Falls die wer sehen wollte, das ist die TikTok-Szene, die es jetzt gibt. Wenn ich nämlich TikTok öffne, wir können es ja mal machen, dann seht ihr nämlich genau das TikTok da drin. So. Es ist natürlich auch direkt meine 4U-Jungs, was soll ich sagen, Alter? Was ist das? Warum hat der Golfball da drunter unter der Haut? Das ist ziemlich rar, aber manchmal werden die Säden eines Straubereins gestalten, während der Strauberein selbst noch in der Stamm. Was? Ich wusste bis gerade nicht, dass das Säden sind. Gewinnt. Eine ganz, ganz besondere Person heute, und zwar ist es... Ah, doch nicht. Is this the fastest Ding-Dong-Ditch of all time? Junge Klingelstreich durchgespielt. Wird's die Biene bei uns auf dem Dorf geben? Junge, die wird komplett alle zerreißen. Der Junge hat Marketing durchgespielt, der macht einfach Kaltakquise an Häusern und fragt die, ob die Freunde für ihn da hätten. Ey, der Mann hat jetzt ganz viele Freunde. Mit 16 M-Monaten hat man doch schon am Wodka genuckelt. Nein, die Brüste... Ich weiß nicht, warum deine Mom ihre Brüste Wodka nennt, Skopax, aber... Das ist nicht bei jedem so. A Scientist wanted to show what it sounds like dropping a black of ice down a deep ice hall. Warum hört sich das so an, als ob da unten Star Wars gedreht wird? Der ist ich im Sommer mit meiner Allergie, holy shit. Alle Gräser. Mein Leben ist scheiße. Trinken ist auch Sport. Ich bin richtig. Vielen Dank, hallo. Sagen die, trinken ist auch Sport oder trinken ist Saufsport? Ich hatte halt nicht im Kopf, dass WW ist. Das ist auch überhaupt die dümmste Scheiße. Wer nennt denn Buchstaben W, Alter? Wer hat sich überlegt damals... Ja, da ist das W und ja, andere Sprachen weiß ich jetzt auch nicht, aber... Wer hat sich denn überlegt, dass es W heißt? Vor allem, warum W? W wäre besser, weil es hier zwei Vs aneinander sind und nicht zwei Us. Und U ist ja U. Also ist das was für mich? Nein, Skopax. Ich weiß ja nicht mal, wie man ein Spiel auf Windows deinstalliert. Aua. Bananen. Rezu Ricard, der Streamer voller Pracht, mit seiner Orange, die so leuchtend lacht. Sein Talent erstrahlt wie die Sonne am Tag. Die Zuschauer fasziniert er mit jedem Schlag. Seine Streams sind ein Feuerwerk der Fantasie. Voller Spaß und Spannung, die schau sie nie. Die schau sie nie? Wer hat die Grüne geworfen? Ich hasse deine Eltern. Ich was nicht, ausnahmsweise. Junge, was ist das für ein Kack-NPC da vor mir, Alter? Moin. Jetzt fahre ich vor die Wand, weil ich nervös war. Oh, mein, experience, rapier doch weg. Dann gieße ich irgendwann irgendwelche Blöcke da draus, weil ich nicht weiß, was das überhaupt ist. Was ist denn konstantant für den Scheißstoff überhaupt? Kenn ich gar nicht. Das ist eine Mischung, die du für... Weil das hat schon konstantant. Ja, ja genau. Danke, das hat schon... Das hat... Kimon, schau mal nach Salon-Türen. Salon-Türen. Alles easy. Ja! Ja, 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 ja! Ja, Nika, ich hab sie für uns gemacht. Was denn? Guck dir das an, Alter. Ich kann das ganze Feld mit einer Gießkanne gießen. Man sieht nichts, weil es regnet. Was ist denn los? Was machst du schon wieder? Ich schaffe es nicht zu springen. Ja, Taster würde ich benutzen. Ja. Guck, geh weg, Alter! Werde 10 vor 10. Wieso bist du jetzt eigentlich genau bekläutet, Timon? Was ist denn da los? Weiß ich auch nicht. Ich hab ne Idee, wie ich das verändern kann. Oh! Das war ich nicht, der ist jetzt selber... Du wärst schon längst fertig, ne? Ich hab grad so gefurzt, Mann, ich konnte gar nicht zuhören. Was? Hast du gesagt, ja gut, ich hatte grad hier Druck auf dem Ohr, Alter. Das ist so richtig wüsstest. Nein! 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 Drei Glas hintereinander auf den Boden gesetzt, mal wie dumm. Ich will mal ein Screechat, einmal lächeln. Zack, in wann denn? Wie viel Delay hast du? Oh Mann, jetzt hab ich grad aufgehört zu grinsen, Mann, oh Mann, Catrox! Wow, Gianni. Was geht denn mit denen hier eigentlich? Mit den Brees? Das sind meine Freunde. Die Brees, Alter. Was? Seit Achim Annal schockt mich gar nichts mehr. Was? Okay, Electrics. Was hast du dir für Musik gekannt, Alter? Wer ist Achim Annal, Alter? Und was hat der eine Hintertude zu suchen? Das mit dem angeketteten Dings, das heißt übrigens das Spiel. Das Spiel, ja genau. Die kurzen Eurofilmen haben immer nur Artikel und Hurensohnen, Alter. So schön umschreiben, ne? Dass ich eigentlich gar nicht kacke bin, sondern einfach nachgezeichnet bin und du intest halt komplett wieder rein, ne? Jetzt hast du's erklärt, also viele haben's wahrscheinlich nicht verstanden. Doch. Doch, haben sie. Sie sind so dumm wie dumm. Wie dumm wie dumm. Sie sind so dumm wie dumm. Ich wollte dir eben zeigen, wie das hier geht, Nika. Ja, zeig mal. Gehst du hier zurück und dann sprintest du und drückst. Ja, das hast du. Also du kannst sogar nicht verfehlen. Was'n Bruch. Was'n Bruch. Holy. Das beste Gesteinsbroker, das ist echt. Das verkehrte. Nein, ich hab zweimal Mini Detect nach dem Flash. Au, 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 wir reden nicht drüber, wir reden nicht drüber. Miss Serat soll seine scheißverfickte Hurensohnfresse halten, Mann. Import Report Mini Negative Additude Submit. Und ich bin Toxic. Hurensohn. The message contains zero tolerance language. Wie? Nur weil seine Mutter als... Nee. Junge, was will der Hurensohn? Ich bin selber System-Muted? Alter, Darius hat 5.000-mal damage gemacht. Warum bin ich System-Muted? Weil du Hurensohn geschrieben hast. Und jetzt bin ich wie viel Games gemutet? Weiß ich nicht. Was? Ich hab mir sowas in den Chat geschrieben. Was denn? Wann wird man da denn direkt gebannt? Leidige Leute. Hahaha. Oh, so ein... Hahaha. 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 Ich mach ebliche Sache nicht, doch jetzt nach und schluss! Warum sind wir alle tot? Abschied bin ich aber auch mal ins Bettchen, muss sogar leider sehr früh raus. Vielen, vielen Dank, Sorka, wir machen jetzt den Aufschluss, aber danke für den Stream! Ja, das Finish, das Finish, Alter, rein da! Hey, ohne Finish! Schnell! Ignoriert den Gegner! Rein da, Jungs! Spawnt doch jetzt! Kalin! Mach doch! Los, einmal hier! Mach die Finish, mach zu, mach das Ding! Ja! Nein, nein, nein! High Five! Nein! Gut Job, gut Job! So, ich mach jetzt nen Penta. Mir reicht's jetzt auch. Oh, oh, ne, doch nicht! Ich bin neben dem Kane gespawnt. Muss ich für Costumes denn überhaupt Level 3 sein? Ich glaube schon, ja. Äh, ich glaub für Costumes muss allgemein Level sein. Also, damit du League spielen kannst, musst du Story, glaub ich, einfach machen. Story? Das musst du machen, die Story? Story, ey! Mach die Story aber durchspiel, Jungs! Er hat, glaub ich, auch Story gesagt, Jungs! Ich bin mir da relativ sicher! Könnte auch sein, aber ich meinte eigentlich Story! Oh nein, oh nein! Hahahaha! Ich hab hier ein Yasu nehmen, ja? Ja, das ist gut! Nee, war nicht gut! Ich war ein Minion, Paco! Ich hab mich komplett abtrollt, Junge! Voll nur Spaß! Ist egal, ne, ich sag einfach, boah, das Minion hat mich immer überrascht! Ja, Paco! Boah, boah, boah! So, war die Reaktion gut? Ja, so war klar. Timo! Hahahaha! Überlebt nicht lang! Doch! Schade! Ähm! Ja! Nice! Schön! Ich bin da oben und die Steine liegen da unter mir einfach! Alter, warst ne Kack! Berlin ist einfach der Hardcounter zu 80% unseren Champs, so! Ja, ich heiße, ich bin im Grunde Hardrock-Devil, das sind die Steine! Die Rockcliffe hier an rein, Alter! Oh no! Oh no! Holy shit! Jetzt hab ich's erst verstanden! Ich dachte, äh, ich weiß nicht, er ist jahrelang durchgezogen! Das ist wie mit, äh, 180 Sekunden und 3 Minuten, ne Timon? Ja, das ist ja falsch! 180 Sekunden sind ja nicht 3 Minuten, aber 30 Minuten bis halbe Stunde ist halt das Gleiche! Darum geht's ja! 180 Sekunden sind 3 Minuten! Ja! Dann ist es doch genauso, ja! Du bist doch dumm, Alter! Gar kein Problem! Nein! Ich hab grade 30 Gold runtergehauen! Ja! Ja! Was war das? So'n Dash irgendwie so randaschen wie bei dem, mein Baba in Diablo wär auch geil! Bro! Bro! Die Manager ist das immer mit Auto Ne Arrow, die so sehr viel rausgucken! Okay, okay, alles gut! Ich wollt gar nicht so schreien, wir haben ja gewonnen! Ach, ich hab ja trotzdem gedacht! Richtig alles gut! Guck mal! Ich weiß, dass das nur der Stress von dem Spiel ist! Das ist der Stress! Man macht sonst nicht so, ja! Ich will das auch rein, das ist gar nicht Ey, wer hat das Spiel ausgesucht? Er meint das gar nicht so Er liebt mich doch trotzdem, er meint das gar nicht so Er steckt mich doch sonst nicht Okay, nein, das ist ein bisschen Okay Hätte sie Ich bin nur noch dran aber Ja, hab Okay Ah, 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 juhu 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 Beide oben Einer ist runter gesprungen Juhu 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 Wieder deine Lieblings Shorts an Timon Ich hab so ne Jogginghose an Ach So Haben sie gesehen? Machen wir lang Juhu 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 Juhu